Okay. Peace, Leute. Hier ist wieder euer Billy Rubin mit Let's Play Random NES Games. Und heute spielen wir Back to the Future, dieses berühmt-berüchtigte Spiel, auf das ich gekommen bin aufgrund einer Episode von dem Angry Video Game Nerd. Ähm, dieses Spiel, es kam so was von scheiße rüber in meinen Augen, dass ich es einfach spielen musste. Ähm, auf jeden Fall, los geht's. Hill Valley. Das ist auf jeden Fall nicht so gut wie der Film. Okay. Marty läuft von selbst. Ach du Scheiße. Marty läuft von selbst, also du brauchst nur die Richtung eingeben und dich verfolgen Bienen. Und zwar massenweise und man muss Uhren einsammeln. Ist doch fast wie im Film. Yeah. Dein Mutter. Äh, auf B springt man. Genauso wie Mario natürlich, ne? Äh, okay. Ah, die... Nein, die Glasschreiben-Menschen. Oh, was? Nein! Scheiß Mülleimer. Ich sterb auch jeden Tag, weil ich gegen den Mülleimer renn. Sicher. Die Musik ist so nervtötend. So nervtötend. Wie der neue Video, deine Mutter. Nein! Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Alter. Scheiß Bienen. Scheiß Bienen. Oh, fuck. Die Bienen haben mich gekillt. Nein. Was? Nein, hä? Scheiß Zeitlimit. Wenigstens ist das Spiel aufregender als Golf. Natürlich. Werfen wir Papierschnipseln ab. Du Gesicht. Ah, nein, die Sacka! Die Uhren. Nein, nein, ich muss die Uhren einsammeln, sonst sterbe ich. Das ist nämlich der Grund, warum man die Uhren einsammelt. Du bestirbst sonst. Ah, nein! Ich muss eigentlich längst tot sein. Ich besitze nämlich gar keine Armbanduhr. Das Spiel ist sowas von realistisch, ey. Alter, fuck! Scheiße! Scheiße! Hula Hoop Frauen und Typen, die gay aussehen. Nein, geht weg! Nein, ich muss blaue Orbs. Sterbt. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Ich hatte ne Waffe, ihr Deppen, ihr Wichser, ihr Scheißpisser. Berücklich. Yo, voll drüber gejumpt. Bin ich nicht der Man? Nein, aber im Ernst... Dieses Scheißöl! Dieses Scheiß, das heißt der Öl! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! Okay. Okay, okay, weg da! Verpiss dich! Verpiss dich! Junk! Yes! 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 Oh! Oh, gestorben! Gestorben! Verpiss dich! Nein! Deine Mode! Ich spiele lieber mit meiner eigenen Scheiße, Alter! Das war er endlich. Mann! Oh je, oh je, Waffe, 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 Waffe! Stirb! Ach, uah, uah, ich bin so diabolisch. Nein! Scheiße! Ich habe mal die erste Stage schaffen. Was soll doch noch möglich sein? Dö, 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 dö! Alter, ich bin gerade übers Öl gelaufen und nicht gestorben. Wie geil ist das denn? Ja! Erste Stage! Ich habe die erste Stage geschafft. Muhaha, ich bin der Man. Und die zweite Stage. Was würde die zweite Stage wohl sein? Natürlich dasselbe! Wie auf... Wie? Das Spiel wird niemals langweilig. Ah. Uah. Geht weg. Verpisst euch. Nein, nein, ihr scheiß Bienen! Ich hasse Bienen! Ich hasse Bienen, ich hasse Bienen, ich hasse Bienen, ich hasse Bienen, ich hasse Bienen. Bleib mir von Leuwe! Ich nehme dieses Spiel nicht an! Ich nehme dieses Spiel nicht an! Dieses Drecksspiel! Nein, nein! Geh weg! Verpisst dich aus meinem Leben! Verpisst dich aus meinem Leben! Uhren, Uhren, Uhren! Stirb! Scheiß Biene! Stirb! Was zur Hölle? Verpisst euch! Fuck, ist das... Fuck! Fuck, Alter! What the fuck! Stirb! Nicht mal getroffen, die scheiß Bieste! Oh yeah! Oh, aua! Fuck, das scheiß Skateboard! Das behindert einen mehr als einem hilft, das Drecks Ding! Und, und, und... Das ist das Ziel! Das macht das Scheiß verfickter Ziel! Und, und... Das ist das für Verfdpinen! Die Scheiß verfickter Ziel! Und, 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 und... Warum ist das... Das springen noch auf Begelegt? Ich muss an Super Mario denken. Warum kann man sich nicht auf A lassen, wie in jedem anderen vernünftigen Spiel? Und warum spiele ich einfach so Drecksspiele? Ach, egal. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das, glaub an dich. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du hast schon ganz andere Sachen gemeistert. Und die Musik ist so abwechslungsreich. So richtig geil abwechslungsreich. Verpiss dich. Was war das? Nein, diese... Das war ein Teil abwechslungsreich, oder? Probieren wir es nochmal? Probieren wir es nochmal? Definitiv nein! Das war ein Teil abwechslungsreich.